Was geht YouTube? Ich bin's wieder, euer Zugespielt, hier mit einem neuen Video am Start, wie immer pünktlich und ja, gestern das Video kam ja etwas später, aus dem Grund, weil ich das erst noch gestern aufgenommen habe und es hat halt auch mega lange gebraucht, bis es halt hochgeladen war, ja, weil irgendwie Internetprobleme waren und so, aber jetzt ist es ja oben und ja, ist schon wieder Freitag, schon wieder Wochenende und ja, wir führen das schöne Projekt hier weiter, ihr könnt immer auch in den Kommentaren schreiben, wie ich das Projekt nennen soll, ob, ähm, ja, und ja, wir fangen erstmal jetzt mit dem Video an, das geht gerade schon die Sonne unter, ich fange immer das Video an, wenn es abends wird oder nachts sozusagen und es sieht gerade, oh, sieht aber sehr sexy aus, oh, das gefällt mir, ja, nice, und der fährt sehr schön aus, der schöne Sonnenuntergang, okay, ist auch schon jetzt egal, ob der jetzt die Sonne ist, die Sonne untergeht oder nicht, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Video an, und let's go, Digga, ha, muss los, und ja, ich gucke wie immer jetzt am Anfang, wie ja immer, was in der Öffnung noch drin ist, Eisenperfekt und Fleisch, so, dieses Video bezieht sich jetzt eher so auf, ähm, ja, sozusagen auf, wie soll ich das sagen, auf, äh, Tiere killen, ich sag mal jetzt, ähm, Fleischfarm und, der war ich gerade so schnell, ähm, und, wir fangen ja auch mal Instagram an, und was ist das hier für Ja, frisch, sexy Höhe relativativativativat, okay, wir haben ja so viele Höhlen, die müssen wir erstmal Später mal erkunden Ach, haha, fass dich Okay, wir müssen umgelegt So, wir fahren schon sehr schön viel Fleisch und auch Level und ja er kann ja meine kontakt einschreiben ob ich morgen also Samstag ob ich da uns wie machen sollen also halt von diesem Projekt oder ob die ich Prozent wie das aufnehmen sollen und die halt nach jeden Tag hat rauskommen sollen also wissen wie ich vielleicht meine glaubt schon wenn ich fragt einfach eine Kommentare erst nicht verstanden hat und wir die erste Linie ein kleiner Idioten die Kaffee ist nicht geklärt es sei relativ egal mache die Kaffee nicht ab hier und er was das Messier die ganz laut okay Kora was wieder los Leute was hier los ist mein Herz dafür muss hier ein Kussbild machen und ja das ist wieder schön Schweinefleisch mhm also ich habe es halt nix gegen Tiere nur so also es ist halt das Spiel dass man halt Tiere töten muss es ist halt so damit was zu essen hat so ist halt Minecraft Minecraft war schon halt immer so aber ich kann es mir auch alles erschicken aber das mache ich nicht ist halt irgendwie dumm es hat auch keinen ich finde es sehr dumm weil ja also das ist halt erst der Sinn an diesem Spiel dass man sich halt als er spielen muss und äh ich höre ein Zombie und das man halt nicht nicht irgendwie die Erschwerte fortkraftet er war als Schiete zu sagen und essen und so es ist halt alles es ist eigentlich nur Noob machen nur Noobs das Ding ist wie ein Pro also deswegen wie viel wird jetzt sozusagen auf 10 Minuten jetzt gehen die fünf Minuten Videos sind halt zwar ganz schön und zwar auch ganz sexy aber er kann nur einschreiben was sie so von den 10 Minuten jetzt so hält oder ob das ist kürzer Prozent werden soll oder ob das länger werden soll ich hätte es mal ein ich höre natürlich immer wie immer von Community und Prozent für diese Form in das Einschreiben will in den Kommentaren ja ja wenn sie noch zwei Schweine drei ja wohl so was ist es schon das dritte jetzt sagt tot können sie auch mal so eine richtige Hütte bauen und ich habe auch so mega Bock drauf dann aus Glas als ich den Doktor auch von Richter und ich glaube ich mache sonst auch ein Stream weil kann man halt viel mehr machen weil Videos immer zack zack ne das mal stecken schnäher Die Chesney ist kein Yesi Video Idee damit Kich das will ich das Das schnäher auf KU durch die Kula Kuhlager da muss ich euch nicht ganz schnell los so das von umfahren wie er feiern und wenn es gehe erst mal zu unserem und sagen Lager und ja vielleicht ändere ich das ja das war vielleicht beim Video Idee natürlich spoilert jetzt nicht zu sehr und er lasst euch einfach überraschen was das Prozent sagen dass nächste Video wird oder vielleicht auch das übernächste oder vielleicht kommt es auch gar nicht wer weiß das war auf jeden Fall 1 und er ich muss immer schon auf dem Sleggen hier und die Ordnung für die Schöne hier ist ein Zubraven so ich finde es eigentlich Prozent ein Schirm dran Kohle hier aufgefüllt ja so muss das natürlich sein und ich fange schon mal jetzt mit einer kleinen lichkeit sozusagen an die ihr auch dann sozusagen im nächsten Video sehen werdet oder vielleicht auch im übernächsten äh, ich hab so ein kleines ja, wie soll man sagen ne kleine Idee dafür muss erstmal alles weg hier ich glaube ich mach mir einfach ne Schippe dafür weil das geht dann mit ne Schippe wahrscheinlich etwas schneller und, aber ich mach nur so ne Eisen äh, na, keine Ahnung das Ding ist, ich weiß nicht wie man Schippe macht hm ey, ich hab keine Ahnung, das ist ey okay okay, wir machen uns mal vergessen mal weiter ich guck dann auch, wie das so geht und dann, äh, ich mach es erstmal hier mit mit dem Spitzsack weiter die ganze Fläche ist aber sozusagen abgetragen auch ne, 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 ne wir lassen es doch lieber, wir bauen es irgendwo anders hin, weil hier ist halt die Höhle so, das ist halt nicht so geil, würd man so sagen äh, wir suchen uns einfach einen anderen Platz oder wir machen es da dann machen wir uns nochmal halt bis mit äh, Stein filmen, das ist wieder auf auch wo, da machen wir uns hier eine neue Idee noch mal können ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr so Minecraft findet ob Minecraft auch mal euer Lieblingsspiel so zu sagen war war meins was auf jeden Fall früher das ist eigentlich immer noch als es hat noch kein Spiel so mehr habe ich jetzt nicht sonst freue ich zu sehr für die nächste Video Idee lasst euch einfach überraschen Leute und Prozent ja würde ich sagen ich habe viele mich von euch und für Sonne 6 6 wir sagen Schrauben und Tare lassen Leiter wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao